warte mal aber bevor wir diesen anfangen fahren wir erstmal david ob er mitspielen will david möchtest du mitspielen ja komm eine runde okay kann für mich ich gehe raus ich kann auch gehen nene du bleibst schön hier frauenpower und raus david kannst rein joe ich starte gerade erzähl ruhig was du willst die zuschauer hören dich ja jetzt weil ich mein discord angemacht machst du denn bitte aus richtig ach so was brauchen wir jetzt noch was war denn was ganz so zugepackt hatte okay hallo david jetzt kann ganz so mal zu gucken sollte ich sehe das kopf jetzt weißt du wieder geht wie ist man auf eingangsbereich auf eingangsbereich und da wo du lan ja steht wieder eine erste reihe hat wieder die erste reihe mann 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 bis gleich so ich war noch niemals in nur so hat sich erledigt genau da hallo david hallo hat so was haben wir jetzt profi anfänger ich frage noch einen freund So ist der Eier und Fragezeichen. Da ist er noch. Ja, das dauert so lange, bis er nicht da ist. Jetzt ist er da. Haben wir. Meine Damen und Herren, halt die Fresse da oben. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Lassen Sie den Geist durch Salz wandern. Ähm, huch. Der Geist heißt John Moore. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Vielen Dank. Bitte jeder, die helfe draußen. Ja, mein Führer. So, haben wir. Anni macht sich wieder unbeliebt. Läuft bei uns. Äh, Tolania? Tolania? Was, hast du alles dabei? Oh, wenn er noch nicht mit mir redet. Äh, Thermometer, Taschenlampe und... Oh, war ja mal gut funktioniert. Ich hab's alles reinsteckt. Äh, okay. Dann nehmen wir die übliche mit. Ach, ich hab ja alles. Alles mal informiert. Futter parat hab ich. Moment. Mutter, Mutter, ne Skindezug. Meine Küche, ob das da ist oder dann neben der Küche, ist doch das Badezimmer. Nee. Nee. Nee, dann ist es wieder oben. Ja. Knochen, 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 Anni. Oh, Junge. Ich bin doch kein D-Zug. Egal. Bewegt alle Knochen für den Knochen. Mann, 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 Mann. Eher schön sexy wieder knücheln. Hammer. Oba. So, Mutti geht nach oben, Fotos schießen. Ist wahrscheinlich wieder mal hinten das Bad. Ja. Hier. Können Minusgerade sein. Eins. Ja, ja, Minusgerade. Atem, ne. EMF, Ausschlag. Zwei. Jo. Ich hab den ja hängengeworfen. Da sind Fußabdrücke. Fußabdrücke, guck mal hier. Der kommt, der läuft hier. Fußabdrücke will. Der hat aber hässliche Füße. Kalk, die fotografieren? Ich glaube, die zählen nicht. Die sind bestimmt auch dreckig. Warte mal, ist bestimmt Borken dran, wartet mal. Da ist so viel Borken dran, dass das nicht gewertet wird. So, Salz ist gestreut. Ah, können wir nicht brauche, äh, David, wenn Salz ist... David, 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 ne, 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 ne. Späte mal die Kopfkamera anziehen. Da, mit E. So, doch. So ist brav. Ja. Achso, da geht's. Äh, äh. Okay. Räuchert ihn mal. Brauchen wir noch. Äh, eigentlich weiter nischt. Außer, wenn du ne Kamera aufstellen willst. Äh, ne Videokamera. Äh. Wo bist du? Ey, du Vogel, zeig dich doch mal. Wo bist du? Hier bin ich. Das ist ja doof. Wo bist du, du alte Schmutzbrust? Äh, einfach mit G. Mit G. Ey, du Rasslinge, das stinkt, Morsche. Pass mal auf, Püppi. Wenn ich mit dir rede, hast du hier nicht mit Wasser anzumachen. Ich muss nämlich pullern. So. Wo bist du, Schmutzbrust? Ja, ihr seid ja jetzt zu zweit auf dem Klo, also lass. Dank für dich. Ach. Ach, Manu. Ach. Guck mal noch auf. Ja, mach mal. Komm, die immer runter. Halber, bitte oben, das Licht aus. Hasse, das Licht ist aus. Hier lang. Okay. Hier, ich komme. Hast du mir schon Geisterbuchung? Nein, ey. Ich hatte eigentlich eh den Sinn geschmissen. Habe ich das mitgenommen? Ich weiß das ja nicht. Ich bin schon verwirrt. Es ist ja nur eine Frage gewesen. Wir haben auf jeden Fall alle Aufgaben erledigt. Ne, haben wir nicht. Warte mal. So. Mutti geht nochmal hoch. Autogrammstunde. David, warte, ich komme. Ich möchte hoch ein Autogramm von dem Borkenkäfer. So, pass mal auf, Schneckchen. Schreib mal in das Buch. Ich möchte ein Autogramm von dir haben. Danke. Kannst deine Telefonnummern schreiben? Ich rufe dich vielleicht an. Ja, komm. IMF3. Ach, du bist der Tolan, ja. Aktivität auf... Ja. Ich sehe ja nichts. Warte mal, jetzt. Äh, Buch! Komm bitte schreit, komm bitte schreit. Komm bitte schreit. Komm bitte schreit. Komm bitte rein. Komm bitte rein. Komm bitte schreit, komm bitte schreit. Ich muss ganz schnell. Darf ich mal kurz? Danke. Ich hör auf hier. Ich fang bei McDonalds an. Lasst mich raus hier. Lasst mich auch mal raus hier. Ich fang jetzt bei McDonalds an, Freunde. Das war mir zu viel. Ich hab mal so in der Hose geklötert. Ich kann nicht mehr mehr gerade laufen. Darf ich mal durch? Ich bin Arzt. Danke. Alter, Vater. Ist hier was los? Nee. Mit Tolania im Schrank? Nee. Da komm ich mal hin, hab ich dir das Leben gerettet. Junge. Äh, übrigens, wir haben Buch, ja. Okay. Er ist da in die eine Tür da reingedacht. Beweisbuch. Dämon oder Jural. Äh, was haben wir noch für Beweise? Nur Buch? Wir haben Gefriertemperaturen. Danke. Wir bräuchten jetzt noch einen Geisterorb oder die Geisterbrüche. Warum haben wir eigentlich keine Videokamera mit Ton? Oh, Moment, warte mal. Die Sanity, die ist so weit runter. Bei mir verständlich. Ich hab mir auch gerade ganz... Es ist der Jurai. Der hat, guck mal. Das ist der Jurai. Der hat die Sanity so weit runtergefiffen. Ja, ich hab mir auch in der Hose geklötert. Ja, der war auch hässlich. Wie sah der auf? Dabei bräuchten wir was? Geisterorb. Das hieß, also wir bräuchten einen Geisterorb. Geisterorb, wo findest du? Ich stelle da oben noch eine Kamera. Ich stelle mich jetzt in den Raum rein. Und ihr beobachtet das bitte. Ich hab eine Kopfkamera. Ja, mein Führer. Voll. Ja, mein Führer. Ich hab die Kamera jetzt volle Elle bei dir. So. Ja, ich sehe jetzt, wo der hinläuft. Mach das gleiche als das Leben aus, wenn ich rumgehe. Okay, ich hab das mal nix verstanden. Du hast aber so recht. Ah fuck, ist der tot? Nee. Haltet auch schon nach dem Org. Ja, dann beweg dich mal ein bisschen langsamer. Mach mal deine Funzel aus. Alles aus. Das ist das Problem am Badezimmer. Warte mal, ich ändere mal den Winkel. Tolania, langsam. Gib mal ein Sex. Grüne Wiese, grüne Wiese. Ein bisschen den Kopf runter, bitte Tolania. Ein bisschen. Kein Orb. Ist ja auch Licht, dann kann man ja auch nicht sehen. Mann, 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 mal Eimer mit Profis. Ja, in den anderen Winkel. Ja, guck mal so. Kein Orb. Doch, Orb gesehen. An der Tür. Es ist ein Jurei. Ja, hab ich mir ja fast gedacht. Wieder an dir, Sanity. War schön mit dir, ich fahre jetzt los. Tschüss. Oh, scheiße. Oh, jetzt geht's hoch. Oh, kacke. Ist er rausgekommen? Nee. Fuck. Warte, ich will ein Foto noch machen, wenn er stirbt. Ach. Ja, ne, meine Schweine bei Tolania. Oh, scheiße, Alter, ernsthaft. Beobachte ihn mal da, nicht, dass er da so... ...lebt er noch? Ja. Ja, genau. Ich weiß, wie man damit fertig wird. Keine Ahnung. Er war gerade unten bei dir, ne? Ja, ich weiß, ich hab ihn ja gesehen. Ich weiß, wie man mit dem fertig wird. Du musst ein paar Mal um den Tisch laufen, dann gehst du einfach die Leiter hoch... ...äh, die Treppe hoch. Tolania, bleibst du mal bitte stehen? Wir müssen das jetzt klären, beide. Wenn ich mir Sorgen mache, dann machst du bitte nicht so, dass ich schon wieder ein Klößchen in einem Höschen habe. Kann ich doch nichts für... Ich hab's doch überlebt. Mittlerweile hab ich zwei Eier in der Hose. Gut, die sind zwar braun, aber egal. Und aber egal. Und glaub, alle sind eh nicht. Alle den Jurei eingefahren. Ja. 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 Ja, läuft. Ja. Manu ist jetzt, glaub ich, vom Studio feiern. Manu feiert voll. Ja, alles okay. Luft holen. Obwohl ich so ein todernster Mensch bin, wie es da ist. Mann, 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 du. Ich hab Tolania schon sterben sehen. David, es gibt ein Trick. Stell dich mal da hin. Pass mal an, Mann. Gib mal den Ball hinahe. Guck mal, nimm mal den Ball hinahe. Du, nenn, 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 nenn. Wir fahren von unten drunter durch einfach. Da kannst du die Punkte... Was für ein Ball? Wo ist denn der andere Ball? Ach, da. Geil. Was für ein Ball? So. Oh, da kommen wir. Bescheißen hier ne Runde. Hammer. hab getroffen wo sind wir hin ach egal ach da kommt kommt zu mutter kommt zu mutter kommt gerade zahl läuft haben wir jetzt passt 33 ist die zahl des teufels nato lanja du alte schmutzbrust hast wieder 33 stehen ja bei mir 47 schauer so ist das man finanziert alles man gibt sich sogar in gefahr und alles und opfert sich und dann wird man die ganze zeit und beleidigt man werde ausgenutzt und wir haben zu laden ja nicht sehen was die gerade für eine krimasse gezogen ob das kann nämlich erst im video werden kann zu vorstellen so ist übrigens wieder ein profi auftrag konzern bestätigen jahren so entdecken sie um welche art von geist sich handelt fotografieren sie dreckiges wasser in einem waschbecken lassen sie ein teammitglied zeuge eines geister events werden finden sie beweise für übernatürliche ereignisse mit einem imr frieda der name des geistes ist james thomas dieser geist scheint sowohl auf gruppen als auch auf jemand allein zu antworten vielen dank erfahrt jemand die mf dabei ja haben wir haben muss man die tür aufmachen to lanja debout hässliche unke im buch mit ich hab dich auch lieb to lanja hatte ich bin die einzige die immer auf dich wartet war manu ich bin wenigstens die einzige die auf manu wartet denk mal drüber nach die liebt mich ja weißt du ich beschütze die ganze zeit lasse vorgehen schmeiß dich vor ihr wenn der geist kommt und du bist die die abgeknutschen heul doch diesmal kein schmutziert wasser komm runter mäusekin ja ja der war gerade hier ja der war gerade hier das gehört david soll ich denn das buch hinschiff äh das buch kannst du du kannst dich hinhocken und das buch mit f aus dem boden legen ist einfacher jetzt hab ich den schon hier unten guten tag ja ja jetzt ist alles ok guten tag hammer huch fehlt noch das EMF-Geläte ja kamera mutti holt schon dürfte sich jetzt auch gleich noch eben nach dem knochen umschauen mach doch mach doch der kamera ähm 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 david david ähm 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 du willst nur david rauslocken hör auf jetzt ähm ich will mit david an gemeinsam schiss haben äh ok für was hab ich jetzt ein gmf geholt einmal mit profis arbeiten immer fotocamera dabei ja icke alles klar so was denn was becken hab da ein buch noch oder braucht er noch ist nicht hier buch ist doch buch ist doch buch ist doch warte mal ab gleich kommt er wieder um die ecke ja ja so wie letztens ja ja der war aber auch hässlich letztens warte als er auf allen vieren da gekrochen ist ja was sehen du also ob sind nicht aktivität 4 aktivität 4 können höchstens mal den sensor mit aufbauen oder warte mal warte mal ähm zwei sachen sind schon erledigt ähm zeuge geister event und emf reader ich komme moment ich hab die kamera ist die außen also von außen die tür und die geisterbox hat gerade geantwortet ich weiß nicht warum man und ich stehe nur hier so wo foto warte 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 äh von außen hier die tür außen hier hammer und die geisterbox hat sogar geantwortet obwohl wir beide hier finanziert haben wir gestanden und ich höre die noch enthalten ok also geisterbox und fingerabdrücke hat er das auch erkannt ja david geisterbox und fingerabdrücke jetzt muss ich noch irgendwo schmutz hoppala schmutz jetzt ich muss nur noch schmutz jetzt wasser finden ja komm mal raus hier der ist ein bisschen wild hab ich mir auch gerade so gedacht ja schnell weg wir sind frauen wir haben schiff guck mal die machen sich hier im bunten der ene spielt mit dem feuerzeug ich bin ich bin ich bin ich ich bin ich bin du schnatterst wie ich hattel rindchen auf zahn super mal ehrlich vom sandmännchen wir haben alle beweise wir haben gefriert den bratz ja würde ich nur noch waschbücken jo es ist ein huibu und david hat sich gerade freiwillig gemeldet zum waschbecken juhu ich opfer mich war schön mit euch war schön mit euch wiedersehen aber noch hört man keins oder? ne nö nö hier ist nix nö 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 hier ist nirgundwo wasser nö 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 Und da jetzt warten, bis er das Wasser anmacht, das dauert zu lange. Ja eben, also da warte ich ja bis ich grau bin. Gut, werde ich langsam, aber ja. Ja. Hammer. 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 Lalalalalalalalalala. Lalalalalalalala. Ja. Mmh. Ein Huibu So Gonzo, wolltest du mal für mich einspringen? Dann guck ich euch mal zu, dann müsste aber einer den Stream anschalten Moment, ich mach den an Gonzo kann auch für mich mehr machen Nein, nein, ich will euch jetzt mal zu trocken Das ist aber scheiße Ich zugucken, toll Mal gucken